Vor drei Wochen habe ich ein Video gemacht mit den ersten Spoilern zum Kapitel 1070 und nun kann ich euch mit Freude verkünden, dass es weitere Spoiler gibt, die zwar auch sehr, sehr oberflächlich sind, aber Leute, ich sage es euch so wie es ist, die machen mehr auf Bock. Welche Spoiler das genau sind, worum es sich handeln könnte, wie immer für euch nach dem Intro. Komm aber Leute, was geht ab, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren DetektivCon in Spoiler-Video. Heute geht es um das Kapitel 1070, vor drei Wochen habe ich ein Video gemacht, Link ist oben in der Beschreibung oder halt auch oben hier rechts im Video, Infobox. Dort ging es einfach nur darum, dass eine Person angeteasert wurde, die quasi sehr, sehr in den Fokus rücken wird, nämlich Al Heibera. Aber wir hatten sonst keine Informationen, wir hatten also nichts. Wir konnten, wo ich sage mal, ein bisschen Fahrsinn binden, ein wundersames Rätselrat machen, was passieren könnte, in der Hoffnung, dass es im Fall weitergeht. Und nun wissen wir definitiv durch die neuen Spoiler, dass es im Fall weitergeht. Hier wird nämlich betont, neben dem Fakt, was wir ja schon wissen, dass Al Heibera im Fokus da ist, dass gesagt wird, dass Al Heibera sehr, sehr tief mit der Arkay-Familie verwurzelt ist. Ja, was alleine schon, dieser eine Satz löst sehr, sehr viele Assoziationen, zumindest bei mir aus, denn wir wissen ja oft in der Vergangenheit, in der Vergangenheit wurde oft behauptet von diversen Detektiv-Connor-Charakteren im Universum, ja, irgendwie hat Al Heibera irgendwie Ähnlichkeiten zu Mary oder zu Masumi. Von mir aus auch zu Shuichi Arkay, denn wir wissen ja, dass die Arkay-Familie sehr, sehr eigen ist und ich sage mal immer, diese, ja, schon fast so eine Art Lidschatten hat, so würde ich es mal betonen, die haben sehr, sehr eigene Augen, generell oberflächlich gesagt und diese Augenform, diese Beschaffenheit der Augen ähnelt sich natürlich von Al Heibera und zum Beispiel Mary als Kind, haben wir ja natürlich auch ein paar Bilder im direkten Vergleich und es gab ja auch des Weiteren damals viele Theorien darüber, logischerweise nicht nur von mir, um Gottes Willen, von sehr, sehr vielen anderen und generell von der ganzen Detektiv-Connor-Charakteren, okay, was ist denn nun los, wir wissen irgendwie, Elena war eine Ausländerin, das heißt also keine gebütige Japanerin, hatte halt blondes Haar, ähm, irgendwie ist das komisch, ja, also Mary ist eine Ausländerin, hatte auch blondes Haar gehabt, dann diese komische Gemeinsamkeit, ist Al Heibera irgendwie mit der Arkay-Familie verwandt, gab es da eine Leihmutterschaft, gab es da irgendeine Adoption, ist es irgendwie die Schwester, ja, das ist ja natürlich die gängigste Theorie, dass quasi einfach, ähm, nämlich Elena, also die Mutter von Al Heibera, Akashio Miyano, das ist ja eigentlich der richtige Name, und, ähm, Mary Schwestern sind, ja, und das ist halt die Sache, die durch diesen einen Satz, ich sag mal, wieder neu gefachsimpelt werden kann, ja, dann wären sie nämlich verwandt und dann hätten wir auf jeden Fall auch eine Grundlage davon auszugehen, warum sie sich so ähnlich sind, denn in Detective Conan ist nichts per Zufall, äh, so gemacht worden, egal ob im Manga oder im Anime, und gerade wenn die Charaktere innerseits der Story darauf angesprochen werden, oh, Moment mal, die ähneln sich, hat das etwas zu bedeuten, sehr, sehr geil, das war der erste Satz quasi, und, ähm, hier kommen wir zum Interessanten, und zwar kriegen wir hier noch den Spoiler, dass sich ein Schatten Conan und Heibera nähert, ja, gerade als sie zur Schule gingen, ja, zur Teitan-Schule, ist natürlich die Frage, Schatten ist schon mal sehr, sehr, ich sag mal, ein schöner Begriff, der sich definitiv darauf bezieht, Schatten, ja, im Verborgenen, es lauert, Schatten wird immer mit dem Bösen, mit dem Negativen assoziiert, er hat sich quasi ran gesneakt, ran gepirscht, das war so nicht offensichtlich, so ein bisschen, so ein bisschen sneaky mäßig, und warum wird er sich quasi Heibera und Conan nähern, ja, und jetzt kann man natürlich wieder, das, was wir auch schon beim letzten Video hatten, wir können wieder Fachsinn finden, wir können raten, wir können jetzt aber dieses stumpfe Sinne, sinnlose Raten definitiv, ich sag mal, eingrenzen und wirklich konstruktive Ansätze schaffen, also, wir haben den ersten Satz, Heibera ist tief mit der Arkay-Familie verwurzelt, okay, bringt für uns wieder den Punkt auf, in welchem Zusammenhang, in welcher Konstellation ist vielleicht ein Verwandtschaftsgrad zu klären, erste Sache, der zweite Punkt, wenn wir nicht danach gehen, Verwandtschaft, ja, was ist es, Arkay-Familie, geht die Verwurzelung nur darauf zurück, dass die Eltern von Shiho, Arkay, das Apoptoxin gemacht haben und dass das Apoptoxin, ich sag mal, mehr oder weniger die Arkay-Familie zerstört hat, weil Mary geschrumpft wurde und so weiter und so fort, und jetzt noch der Schatten, der sich Conan und Heibera nähert, das heißt also, in den Spoilern wurde Conan auch mal hinzugezogen, das heißt also, dieser Schatten, der sich nähert, hat Interesse an Conan und an Heibera, auch eine Person und hier können wir natürlich, ich sag mal, mit den Sachen, die wir schon wissen aus den aktuellen Fällen, beziehungsweise aus den jüngst vergangenen Fällen, Rum-Enhüllung, ja, wir wissen, okay, wer ist Rum, ja, Spoiler, 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 an der Stelle, ich sag jetzt nochmal, Spoiler, 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 wenn ihr nicht wisst, wer Rum ist, macht aus, es ist keine Nori Wakita, das heißt, wir haben noch die Tomo Akai und wir haben noch Rumi Wakasa, die seitdem so ein bisschen untergegangen ist, wir wissen ja auch, dass Rumi Wakasa an der Schule arbeitet, ja, Stellvertreterin von Fräulein Kobayashi und wir wissen ja auch, dass Rumi Wakasa irgendeine Verbindung hat zu dem Grosia-Nederfall von damals und eine Verbindung zu Rum hat und, ich sag mal, in der Vergangenheit oft, oft mit Heibera alleine, Standalone das Gespräch gesucht hat, ja, heißt also für mich, Schatten entweder ist eine Person, die aus dem Verborgenen, ich sag mal, hervortritt, ihre Identität vielleicht lüftet, eventuell ist es Rumi Wakasa, ja, weil sie halt auch dort arbeitet, halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich oder als sinnvollen Ansatz würde ich es bezeichnen oder es ist natürlich eine Person, die einfach ein bisschen weiter weg ist, die vielleicht jetzt aus meinem spontanen Denken heraus sich ein bisschen absondert, ja, die vielleicht einfach anderes Interesse hat, das ist jetzt nicht Rumi Wakasa, das ist vielleicht auch Hihoi Kuroda, das ist eine gänzlich andere Person, ist ja vielleicht ein Organisationsmitglied, welches neue Hinweise hat, dass all halberer AK Sherry die Verräterin wieder lebt, wir wissen ja auch, das ist ja nicht der ganzen Organisation bekannt, weil ja viele immer noch dadurch ausgehen, durch die Mystery Braille Express Explosion, dass all halberer tot ist. Es gibt verschiedene Richtweisen, wie man denken kann, ich halte Rumi Wakasa für sehr, sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall halte ich es am wahrscheinlichsten dafür, dass es wieder in den Raum geworfen wird, okay, Verwandtschaftsgrad, in welcher Art und Weise steht die Verbindung von all halberer AK Sherry zu der AK-Familie, ist es wirklich die Verwandtschaft, ist es das Apoptoxin, ist es die schwarze Organisation und natürlich die Person, die sich für All halberer und Conan interessiert, hat es etwas mit Rum zu tun, ist es Rumi Wakasa, Schatten, der sich nähert, ich persönlich denke auf jeden Fall, wir gehen straight forward im Kapitel, im Fall, wir hatten also die Rumenthüllung und ich würde auch sagen, es geht jetzt nahtlos weiter. Ich würde also definitiv hier sagen, das ist so, ich sag mal, das verartigt dieses Videos, dieses kleinen Spoiler-Videos, dass wir in der Story vorankommen und dass jetzt kein dreckiger Fehlerfall wirkt, der nichts mit den aktuellen Geschehnissen in der Detektiv-Connan-Welt zu tun haben. Schreibt mir mal eure Gedanken, eure Meinungen, eure Sichtweisen in den Kommentarbereich, würde mich wahnsinnig darüber freuen, auch mal zu sehen, wie denkt ihr darüber, was könnte damit gemeint sein, all halberer ist verbotet mit der AK-Familie und welcher Schatten nähert sich Conan und Heibera, als sie quasi zur Schule gegangen sind. Muss ja also auch was mit der Schule zu tun haben, würde mich wahnsinnig freuen. Ich bedanke mich viel mal fürs Zuschauen, Zuhören. Ich wünsche euch, euren Familien viel Gesundheit. Habt ein schönes Osterfest. Macht keine wilden Sachen, Leute. Ich küss eure Herzen. Viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. Euer Kei Doakai. 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 Untertitelung. BR 2018